The Real Zampal The Hardest Dog on the Block Geschichten über ein Hundeleben am Hasenberge Getextet und gesprochen von Kerry Balder Folge 2 Friends Will Be Friends Ah, ihr schon wieder? Schön, dass es wieder da hat's! Heute will ich euch mal von meinem Freund erzählen Mein bester Spätzl ist der L, ein richtiger Hustler Da geh ich jetzt grad mal hin Der L, der schachert mit Oldtimer Er ist ein brutal greisliger Mischling Auf dem Weg zu ihm, birg ich immer ab und hol mir nur eine Zeitung am Kiosk Informiert muss man schon sein Als ich vor ein paar Tagen mal wieder beim L in seiner Werkstatt war Ist mir aufgefallen, dass er die Beuster bei seinen neu importierten US Oldtimer rausgerissen hat Ia so zum L Wieso machst du denn die Beuster kaputt? Die schauen doch noch ganz gut aus Der L nachher zu mir Ja mei, Zampal Schau einmal ein wenig genauer hin Also hab ich genauer hingeschaut Und dann haben mir die Backerl aufgefallen So beigefarbene Black Der L hat sich gleich ein Backerl rausgenommen Und ist mir damit entgegengekommen Des, Zampal Des ist, womit's der richtig Skateverdiener kost Da ist mir dann schlagartig klar geworden Wie sich der L so viel leisten kann Und ich hab mir immer gewundert Dass er von den paar verkafften Autos so gut leben kann Er dealt mit Hundegreckern Carrie Erglerz Spezel Spezi Ein Spezel ist ein guter Freund Ein Kamerad Kumpel oder Vertrauter Hassler Amerikanisch Der Ausdruck Hassler stammt aus der englischen Sprache Und bezeichnet jemand, der daran interessiert ist Teils ohne großen moralischen Anspruch Schnell an viel Geld zu kommen Schachan Das Wort ist seit dem 17. Jahrhundert bekannt Es fand eine Entlehnung über das Rotwelsche statt Aus dem westjüdischen Handeltreiben Dieses wiederum auf die hebräische Wurzel Handeltreiben zurückgeht Greislig Greislig bedeutet hässlich Untertitelung. BR 2018